Was war das für dich? Ich war eigentlich nicht wirklich überrascht, weil es war genau so, wie es beschrieben war. Und was mich überzeugt hat und fasziniert hat, ist, dass alles in einem Haus ist und dass sie sehr modern eingerichtet sind. Das hat mich wirklich beeindruckt. Die Leute hier sind sehr freundlich und hilfsbereit, weil man ist ja auch in einem fremden Land und nicht zu Hause. Aber die Vertrauen ist wirklich fantastisch.